Hallo da draußen, hier ist der einsamer Wanderer. Habt ihr eigentlich von dem Digriana gehört, der den Lokführer ein Essen bewusstlos geprügelt hat? Nein? Das ist ja komisch. Wurde doch gerade so einen schlimmen Fall hatten mit den Mädchen und so, da müsste man doch sensibilisiert für sein und da müsste man drüber berichten, oder? Ach nee. Stimmt, das wollte man ja nicht, deshalb hat man die Reichsbürger so thematisiert. Naja gut, dann mach ich das halt. Also, zwei Nigerianer prügeln einen Lokführer in Essen krankenhausreif, das ist übrigens von heute, also nicht irgendwie lange her. Er hatte einen von ihnen darum gebeten, den Türbereich frei zu machen, damit die Fahrt weitergehen kann. Ja, also, ich will da gleich voranschicken, ja, auch für die YouTube-Zensoren, vielleicht werde er auch traumatisiert? Oder, um jemand anders zu zitieren, vielleicht haben wir als Gesellschaft versagt, ja? Und wenn man den dann halt so anspricht, dann kann das eben zu Konflikten führen, da müssen wir auch Verständnis für haben. Denn die hatten ja sicherlich eine schwere Reise, eine schwere Kindheit, eine schwere Überfahrt. Da muss man ein bisschen verständnisvoller sein. Aber gucken wir mal, was passiert ist. Essen. Der Lokführer einer S-Bahn in Essen ist am Wochenende von zwei Nigerianern angegriffen worden. Laut Polizeieingaben wirkten die Migranten den Mann und schlugen ihn bewusstlos. Ach so, wirkten. Also, wirken ist halt schon ein tödlicher Angriff, ne? Also, wirken bringt dich, wenn jemand richtig wirkt, in ein paar Sekunden um. Sag ich mal so, als Kampfsportler. Ist jetzt nicht richtig nett. Grund für die Auseinandersetzung der Nacht zu Sonntag war dem Beamten zufolge die Bitte des 41 Jahre alten Lokführers, an einen 36-jährigen Nigerianer aus dem Türbereich der Bahn zu treten, damit diese ihre Fahrt fortsetzen kann. Der eine war noch so ein Kind, das sie zu diesem Zeitpunkt im Armhild an seine Partnerin übergeben haben und sich bedrohlich vor dem Bahn Mitarbeiter aufgebaut haben. Sorry, wenn ich das so sage, aber das ist wirklich, das ist so ein unfassbar primitives Verhalten, dass er nicht mehr vor seinem eigenen Kind sozusagen genug Anstand hat, genug Ehrenhaftigkeit, jemanden nicht einfach wegzuklatschen, weil er Bock drauf hat. Das ist so ein verrotes Tier, der Typ. Ich kann es nicht anders beschreiben, sorry. Geht gar nicht. Ein Nigerianer springt Landsmann zur Seite, ja, die haben dieses Rudeldenken irgendwie, ne, so ein bisschen. Immer mit Ehren auf einen, das ist einfach sicherer. Daraufhin seien ein zweiter, sieben, dreißigjähriger Afrikaner dem Angreifer zu Hilfe geeilt und haben den Lokführer mit einem leeren Kinderwagen gerammt. Alter. Nee, echt jetzt? Wir nehmen mal das Kind raus und dann nehmen wir schön den Kinderwagen. Was für primitive Gestalten, ich muss es so sagen. Gemeinsam sollen sie den Mann schließlich krankenhausreif geprügelt haben. Als die Beamten eintrafen, hätten sie ihn bewusstlos am Boden liegend gefunden. Ja, sowas ist mir selber vor vielen Jahren mal passiert. Da hat man mich auch bewusstlos geschlagen. Ich kann euch sagen, das fühlt sich nicht gut an. Da denkt ihr auch noch lange drüber nach, wenn es vorbei ist. Das kann ich euch sagen. Ein Einer Täter habe versucht zu fliehen, sei aber festgenommen worden. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Und ja, da kann er froh sein, dass sie nicht aus seinem Kopf rumgesprungen sind. Und das wir davon wieder nicht lesen. Hand hoch, wen es überrascht. Nicht wahr? Ich habe da noch einen anderen Fall, den mache ich vielleicht auch gleich noch. Da ist es genauso. Gut, das war es von mir heute. Wir sehen uns bald wieder. Auf bald. Bleibt fröhlich. Schöne Weihnachten. Und bis gleich. Bis gleich.